nja um hier Audi 1 malaus sinnvoll hier war nicht verfügbar hier statt mir eine bauten 71 ja werden tv willst du ist wichtig ist gar rein kommen habe Hallo, hallo, hi, 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 hey, wie bist du, wie bist du? Du bist ja auch fremd, ich bin Doma, der Abenteurer. Kauf mir was zu trinken und ich erzähl dir was. Hm, okay. Wenn ich jetzt wüsste, wie viel ich gerade für ihn ausgegeben habe. Wahrscheinlich nichts. Okay. Danke, wegen der verschwundenen Königin. Verschwand, als sie die Kathedrale besuchte. Ah, doch, Kathedrale, wichtig. Wichtig. Wie bitte was? Sie haben sie gefunden? Nicht so wichtig. Irgendwie interessiert mich die, siehe, aber irgendwie auch doch nicht. Hm, 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 also doch Kathedrale. Kathedrale, allee, was ist da nur los? Gib mich die Kathedrale, allee. Das ist was Wichtiges. Ich habe es nur übersehen. Boah, Alter, Alter, der ist immer wichtig. Der Alter ist wichtig. Der Alter ist wichtig. Der, nee, doch nicht. Oder hier in Geheimerschein. Na, 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 na Ich strebe mich wie ein Beyblade! Und damit gewinne ich! Wow, 10! Hab ich noch nichts Level erhalten? Dafür aber einen Tonic! Es gibt hier relativ viel Geld, ne? WTF?! Okay, ihr seid schnell! Schlitz! Daun! Und... Komm, 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 komm! Da geht er daun! Was?! Was?! Er hat einen Angriff überlebt wahrscheinlich! Hatte nur 1 KP, weil er genau 30 hat! Verdammt! Mann! Sie machen mich blöd! Nein! Geh daun! Und er geht daun! Komm, komm, komm! Du hast keine Chance! Da geht er daun! Okay! Yes! Für mich sagt diese Pose nichts mehr als... Yes! Okay! Auf zum Schloss! Schloss! HALT! Wer mag das? Ich! Guck dir nur die HALLE an! Woher kommst du, Kerl? Ähm... Ich komme aus der Zukunft, glaube ich! Nee! Jaja, komm! Raus mit mich! Ich kann nicht sofort aufhören! Wer hätte es gedacht! Ganz ehrlich! Ganz ehrlich! Ganz ehrlich! Häu, ich hab nicht Unleg! Ich kann nicht nur die HALLE anziehen, können Sie die HALLE anziehen! Nein, wir brauchen die HALLE anziehen! Das ist die HALLE! Der ist nicht so... Lena benimmt sich sehr seltsam und sie hat ihr was also hat ihre chorallen brosche verloren sie sie sonst wie ihren augen apfel hütete verretete ja komm ja komm ich möchte keine das ist ja cool was von mir ich natürlich keinen nehmt grossartisch juhu äh hä ne ich wollte hier doch nicht ach so es geht ah kann hier rauf oder runter gehen ok dann gehen wir mal ganz runter weil ich glaube hier ist nichts weiter oder runter runter so dann sind wir wieder hier ok er hat doch gesagt ich will los gehen egal ich gucke jetzt mal rechts ok es ist da so verdächtig rot das ist verdächtig verdächtig sage ich ok wir gehen weiter rauf und hier ist eine Wache die Königin wartet ok hallo hi 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 ah da seid ihr ja hier bin ich ja lasst uns allein und natürlich und tschüss und bis bald und also nicht ok komm näher ok naja naja was ist los hab ich dich reingelegt ja ne eigentlich nicht was bin ich froh wir kennen uns noch kommen irgendwie ja von mir aus bitteschön das stimmt nicht nein das liegt bestimmt nicht an diesem roten grünen roten rü ja ich sollte gleich aufhören wirklich roten grün licht kallen mann kallen grünen licht mann deutsch 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 oh nein sie löst sich auf äh was tue ich und schon wieder ist sie weg schon zum zweiten mal verschwunden na toll wir jagen jetzt das ganze spiel über hinterher oder wann was soll das egal jetzt suche ich nach einem save spot und dann hören wir auf für heute so save spot kann ich nicht auch auf der overworld speichern oder so ein scheiß das wäre mir echt lieb WIG äh ja ich möchte das spiel eigentlich ach hi du bist okay hast du sie gefunden ja wie bist du durch den wald gekommen ja ich sie ist weg zeug ja du hattest voll richtig vermutet was denn nein wirklich du kennst sie woher nur la 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 oh mein gott wir sind durch die zeit gereist nein wirklich oh mein gott na egal bin ich in ehem und wollen nein verdammt beste animation er wäre ja ist ja okay hau ab ich möchte nur speichern man ja es ist nicht alles verloren wie in jedem rpg und wir sind immer noch zwei sekunden drei sekunden overstunt wir müssen die königin finden wirklich kann ich speichern falscher button ähm 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 ah speichern äh ich will speichern ich darf nicht speichern nein ich muss wirklich auf die overworld man ich möchte auch nur dieses verdammte spiel beenden damit ich aufhören kann so speichern gibt mir speichern danke wo ist die königin man weiß es nicht und wir sehen uns beim nächsten mal reingehauen die womb verbleibere und die